Liebe Kolleginnen und Kollegen der Lause zerfrüchte, als ich von euren Forderungen für den jetzigen Streich gehört habe, habe ich gedacht, ey, geht's noch? Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht weniger als 12 Euro die Stunde bekommt. Umso wichtiger ist es natürlich, dass ihr jetzt erfolgreich da kämpft und streikt. Und ich möchte euch einfach wirklich von ganzem Herzen solidarische Grüße rüberschicken, und zwar im Namen der gesamten Linken. Im Sommer habe ich mich ja mit Betriebsräten getroffen von Unternehmen, die bereits erfolgreichen Tarifauseinandersetzungen durchgeführt haben, die erfolgreich gestreikt haben. Und ich habe sie gefragt, ey, was ist denn das Geheimrezept bei euch gewesen? Und die Antwort kam ziemlich schnell und die lautete, der Zusammenhalt. Also, in diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich euch einen kämpferischen Streik, dass euch der Zusammenhalt gelingt. Zeigt es der Arbeitgeberseite, der Unternehmerseite. Ihr kämpft wirklich für eine Selbstverständlichkeit, weil ihr verdient einfach mehr. Solidarische Grüße von Seiten der Linken.